hi und herzlich willkommen zu einem neuen video wir starten heute mit terraria nach langer zeit starte ich jetzt endlich ich stelle mir auch einen neuen charakter so weiß nicht gecheckt habe jetzt check ich glaube ich ich mache jetzt einfach mal normal hier nämlich die dinge das outfit das mache ich dann mal schon die haare eigentlich ganz cool vielleicht noch heller so augenfarbe habe ich auch etwas dunkler so ton ist egal kleidung mache ich hell oder so richtig gold mäßig so dann so braun und das mache ich ein bisschen dunkler so create ist eigentlich ganz okay dann hier play dann neue welt einfach keine ahnung keine ahnung mir fällt kein name ein so zappen hat johnny ich lasse das jetzt mal so also ich klasse ich mache jetzt einfach mal medium create so jetzt laden wir ich habe es halt falsch verstanden ich glaube check ist ein bisschen keine ahnung ich baue einfach jetzt direkt ein haus und dann gehe ich direkt irgendwo lang und versuche halt krasse items zu bekommen ah genau das habe ich auch nicht verstanden was man mit den sternen machen kann wenn man fünf hat kann man halt manakristall machen und wenn man den aktiviert bekommt man mehr mana und das habe ich irgendwie kapiert keine ahnung aber jetzt weiß ich ein bisschen was ihr könnt mir gerne helfen aber es ist jetzt besser ich würde sagen wir machen direkt erst mal ein haus also ein haus zweistöckig erst mal und dann könnte halt leute rein kann erstmal der guide da rein und dann wie heißt machen wir einfach mal erkundungstour ich will auch schon mal so ein lager haben aber ich weiß halt noch nicht ich muss ja erst noch ein bisschen äh farm viel krasse rüstungen also was jetzt ansteht ich baue ein haus und dann gehen wir die nächsten fünf sechs folgen bis wir was krass gefunden haben nur farm so welt ist geladen endlich nach zehn stunden nein back hier play so hier haben wir unseren charakter der sieht eigentlich ganz nice aus schwert iron pickaxe achse achst was sage ich hammer dann hier so ein so ein stab der komische geräusche macht äh fackeln äh seile magic mirror das teleportiert sich immer zum anfang und grappling hook das heißt ich kann man hier so ein bisschen äh natürlich check ich grad nicht äh auf jeden fall ähm escape heißt dass man halt das ganze menü hier sieht ähm auf jeden fall wir bauen jetzt erstmal hier die ähm mit der axt hier so ein bisschen ab ab aber bei ich will kein platz verschwenden wir bauen hier wir brauchen auch sehr viel holz sehr viel holz sehr viel holz sehr viel holz ach sehr okay ich will halt direkt auf die krassen items geiern Entschuldigung ein 2 3 4 5 6 3 Unser Vogel tötet irgendwelche Leute. Okay. Ziemlich auch neues. So. Das reicht erstmal als Grundfläche. Ich mach jetzt hier noch die ganzen... Lauf doch dahin. So. Dann holen wir jetzt erstmal Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. So. Zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wobei, ich kann's auch. Elf, zwölf. Das wird sowieso nur das Anfangshaus. Also juckt nicht. Ups, verbaut. Aber ist nicht schlimm. So. So. Das sind auch wieder, was war das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, erstmal nur zwei Etagen. Ähm. So. Dann craften wir uns ein, zwei, drei, vier Türen. Für zwei Häuser. Einen Stuhl. Den platzieren wir direkt erstmal hier hin. Und. Einen Tisch. Den platzieren wir hier hin. Ähm. Sonst craften wir uns erstmal nichts. So. Türen. So. Sammeln wir den ganzen Scheiß ein, den er hier gedroppt hat. So. Und dann jetzt bauen wir hier das nächste Haus. Es sind wieder hier zehn. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Ähm. Ups. Zoller. So. Die Türen können wir eigentlich direkt placen. Warte. Oh, nee. Also, nee. Ich muss ja erst ein Dach bauen. Das bin nicht. Ähm. So. Guck mal, Leichei-Hörnchen. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Türen. So. Ähm. Dann kloppen wir hier wieder zwei raus. Dann kloppen wir hier wieder drei raus. Dann kloppen wir hier die Tür rein. So, jetzt habe ich auch meine Türen verbaut. Es wird zu langsam, glaube ich, wieder dunkel. Warte, muss man uns beeilen. So. Ist mir jetzt egal, ob das jetzt eins breiter ist oder nicht. Und, äh, juckt jetzt eigentlich null. Ähm. Ähm, wie heißt es? Jetzt brauchen wir hier nur noch eine Werkbank. Die kommt wieder hier hin. Und in der Nähe der Werkbank. Dann müssen wir hier nochmal das Menü öffnen. Warte. So. Ah, Mist. Wir brauchen ja noch Rückwände. Stimmt. Ein Stuhl. Ein. Tisch. Aber es passt nichts rein. Das heißt, wir platzieren hier erstmal den Tisch. Und dann den Stuhl. Äh, warum ist er jetzt falsch rum? Warte, ich platziere den hier nochmal kurz. Äh. Jetzt ist er wieder richtig rum. So, jetzt. Ich hab mich halt ein bisschen verbaut, aber ist jetzt, äh, nicht schlimm. So. Dann müssen wir hier das Menü aufmachen. Müssen wir dem Housing sagen. Sachte Guide. Der Junge, der kann hier, wo, ach so, nein, ist ja noch gar kein Haus. Äh, nein, zack, ist es noch kein Haus. Wir brauchen erstmal noch Fackeln. Nein, da nicht da. Was ist das für ein Auto? So. Ich verstehe das nicht. Ja, egal, dann, äh, ist das Haus hier halt arm. Ähm. Das Haus ist auch arm. Das hat auch nur oben. Aber ich verstehe es nicht. Ein bisschen behindert, glaube ich. Warum ist das so behindert? Ja, dann hat es halt auch nur eine Fackel und ist das Haus halt arm. So, kann ich auch nichts drin ändern. Ähm. Dann. Brauche ich Rückwände. Oh, nö, jetzt kommen Zombies, die mich bei der Arbeit stören. Ähm. So, die Rückwände. Wo, die Zombies nerven. Zombie, weißt du ab, dass du abfuckst? Bitte lass mich noch genug. Ähm. Ja, ich hab noch, glaube ich, genug. Ich crafte nochmal, äh, 30 Stückchen. Dann crafte ich nochmal. Ja, du kommst ja nicht rein, du Lappen. So, Nummer 4. Ich hoffe, das reicht jetzt dann, weil ich jetzt, hab ich mein ganzes Ding hier verballert. So, ja, genau, aufgegangen. Jetzt können wir eigentlich nur... Mit dem Schweizer können wir die eigentlich gut bearbeiten, so. Oha, oha, übertreib jetzt, übertreib, übertreib. Hier ist ein, äh, Fallenstar. Hallo. So. Sehr gut. Äh, wenn wir nämlich... Vier davon haben. Oder fünf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, dann, ähm... Können wir uns Mana-Kristall holen. Äh, die werde ich jetzt erstmal hier so... Die unterste Reihe reintun. Wir müssen auch mal, ähm... Jetzt müssen wir eigentlich anfangen... Ups. Nein, nein, nein. Die sterben. Äh, okay. Jetzt ein Anfang. Äh, direkt erstmal jetzt, wenn es wieder Tag wird. Ähm... Äh, Dings. Direkt erstmal, äh, Dings. Ähm... Wie heißt's? Ähm... Farmen gehen. Also mal erkunden, was es hier so gibt. Vielleicht, vielleicht habe ich Glück und direkt irgendwie Dings, keine Ahnung, äh, ein Dungeon. Oder eine Cave, keine Ahnung. Dungeon wäre halt schon nice. Blöde Zombiefrauen nervt mich nicht. Ach, warum habe ich jetzt schon... Ah, okay, hier lag einfach eine Afrikose rum, okay. Äh, ich habe ich... Oh, ich habe wieder... Äh, ja, okay. Eigentlich ganz nice. Nicht nice. Und würde ich dir auch direkt erstmal caven für Steine. Und Rüstungen. Weißt du, dass du nervst? Ich weiß, ich habe nicht die richtige... Piss dich. Oh, oh, oh. Okay, jetzt hat er sich den Kopf an die Wand gehangen, okay. Was habe ich gefunden? Oh! Kinds. Zombiearm. 12 Millidamage. Elf Drittel des Steak-Challenge. Oh, ich habe einen Zombiearm als Waffe. Ja, man. Ey, Leute, ich habe euch den... Ich habe den Arm abgerissen. Von einem Zombie. Wisst ihr das? Das wäre... Oh, dass ich jetzt auch gehabt habe, keine Chance mehr. Hier, Drag-It-Slecke, okay. Ja, der... Oh, seid ihr? Mushrooms. Was? Töte den Typen doch. Oh, nee. Ja, gib mir mal deine Fackeln. Ich habe nicht mehr so viele. Danke. Oh, wow. Wie viele liegen hier rum? Ja. Okay. Ich warte, bis es Tag wird. Und dann... Werde ich die Hopps nehmen? Ah, das Auge will Stress, okay. Hier. In dein Gesicht. Kann man hier nicht den Tag irgendwie beschleunigen? Ich glaube, ich habe es überhaupt schon... So. Okay, dann würde ich sagen, wir werden jetzt mal ein paar Leute abschlachten. Zombies töten. Töten. Und hier so ein bisschen rumformen. Und hier so ein bisschen rumformen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Hier sind sehr viele Fallen-Stores. Da, wir können jetzt gleich den ersten Mal nach Zeit machen. Ah, bist du Stress? Ja, kommst aber nicht gegen meinen Vogel an. Okay, wir merken uns, wir haben richtig guten Dings. Ähm, wir haben... In beide Richtungen haben wir, ähm, Höhlen und Dungeons. Ich komme gut durch. Ich komme wirklich gerade gut durch. Ah, du scheiß Auge. Zwar habe ich keinen, äh... Keinen Bogen, aber mein Vogel macht das schon. Die sind ja noch nicht stark genug. Also, die sind ja nicht stark. Guck mal gucken. Ich fülle... Christ... Mano-Kristall. Wir können uns wirklich... Okay. Jetzt haben wir Mano-Kristall. Warte mal, wie viel Damage macht der? Zwölf. Okay. Boah, seid ihr nervig. Warum steht ihr alle vor meiner Tür? Ist heute der Tag der offenen Tür oder so? Boah, dieses Drecksauge da. Haha, verkackt. Okay. Hey, lol. Wie viele Mano-Kristalle. Okay. Also, wie viele... Sterne? Kann es mal bitte Tag werden? Bitte? Ja, sieht so aus. Nee, doch nicht. Doch. Besser Teller. Ja. So, es wird jetzt Tag, nach 10 Stunden ungefähr. Ich guck mal grad, wie lange wir schon aufnehmen. 24 Minuten geht eigentlich. Ich nehm hier so lange mal noch die... ganzen Bäume mit. Und dann machen wir uns gleich mal ein paar Chests. Wir werden ja hier noch unser Lager machen. Aber, ähm... Für den Anfang. Erst mal Chests. Okay, was ist das für ein Baum? Der hat spezielles Holz? Nee. Okay. Das heißt, wir gehen in die... Oh, wir haben eine... Was haben wir bekommen? Wir haben eine Lesser-Healing-Pozen. Äh, 50 Leben macht die. Okay. Okay. Äh, nicht schlecht. Dann haben wir noch eine Healing-Pozen. Holz. BoCH. Vor allem bei dir. Äh. Okay, ich habe jetzt übelst viel Silber und so. Moment, was ist das? Steine. Ja, okay, nehme ich doch mit, gerne. Komm nicht. So, so, so. Ich mache uns kurz Licht. Oh, mein goodness. Ey, wir können uns wirklich heute in der nächsten Folge oder so schon unser Lager bauen. Also, ich gucke, mein Gott, es sind drei Steine schon. Tschüss. Also, es ist jetzt nicht so krass, aber wir können uns, hä, nächste Folge oder so, können wir uns vielleicht schon anfangen. Wir brauchen halt über 100 oder so. Aber nächste Folge ist realistisch. Wir nehmen mal den ganzen Stein mit. Und es geht noch viel tiefer in die Höhle rein. Wir erkunden natürlich die ganze... Höhle, den ganzen Dungeon. Wie viel Steine. Ah, die sind da jetzt runtergefallen. Aber kein Problem natürlich. Wir machen hier weiter. Ist mir jetzt egal, auf diesen einen Steinblock scheiße ich jetzt. So. Wir machen noch die Reihe hier. Und dann würde ich sagen, erkunden wir weiter den Dungeon. Ist ja keine Höhle, das ist ja ein Dungeon. So, den Rest lassen wir mal da. Wenn ich hier wieder rauskomme. So. Ähm. Ach du Gott, wie... Wie viel? Bitte. Aber das heißt, dass man hier vielleicht Herz-Container oder so finden kann. Äh. Was ist da oben? Irgend so ein bloody... So ein Slime-Block. Ja, verprügel den mal bitte. Okay. Hier lohnt es sich, keine Fackel hinzusetzen. Äh. Interhaken. Chill mal. Okay, wir gehen jetzt einfach hier weiter. Okay. Okay. Wie kommt man da wieder raus? Nein, nein, nein. Ich wollte doch gar nicht... Äh. Wie kommt man hier wieder raus? Wie kommt man hier raus? dem Borger, was ich? Jerry. Ich kann schon äh. Wenn ich liebe gute Karena-Schлохne habe. Und ich habe keine Verifikation, als ob es estable basiert, Geht rein da weniger進 rồi. Ja, noch ein Stück. Du bist dann im Anh selekarати. Also, der Turmel, der Neuous, der, Meeres, seinerolekriebs. Leute! 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 ok nein nein aber egal ich habe die kiste sehr gut und der boy will bei uns einziehen gut ja 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 Guck mal, was wir alles haben. Okay, Moki. Äh, hab ich noch Steine? 118. Hm. Hm, das reicht auf jeden Fall nicht aus für das Lager. Ich kann hier aber mal farmen gehen. Ich hab hier genug, so. Ich farme jetzt einfach hier Steine. So, hier oben. Das war echt ärgerlich. Aber ich hab alles, was ich gebraucht habe. Ich hab die Kiste bekommen. Mit den Items. Da drin waren. Den Items. Recall Potion. Hunter Potion. Angry Hermes Boots. Minecraft. Minecraft. Dann Stone Block. Lesser Healding Potion. Lens. Okay. Ja, ja, ja. Ah, hier hab ich auch noch irgendwas bekommen. Open Power Menü. Da nicht. Aber. Fallen Star. Par Potions. Angry Hermes Boots. Can be Bomb. Uptip. 3 Damage. Ja. Äh. Natürlich. Hä? Hä? Bin ich dann schneller? Hä? Bin ich dann schneller? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nur 3 mehr Damage. Ja, aber ich mag die Wings aktuell grad mehr. Sorry. Ich dachte, dass ich da schneller wär. Oh, das ist ein fette Vieh. Kann ich ja bei irgendwelchen, bei meinem Lager irgendwo. Kann ich ja bei meinem Lager irgendwo, äh, hin tun. Wenn ich, äh, in der nächsten Folge baue. Ich würde mal hingehen wieder, äh, wenn ich mehr, wenn ich krassere, wenn ich meine Rüstung habe und krassere Waffen. Weil aktuell, äh, hab ich halt nur diesen Behinderten-Zombie-Arm. Also, ich nehm jetzt noch die hier mit. So, nimm alles mit. Ah, ich seh schon wieder, ist mit Nacht. So, dann nehm ich noch das hier mit. Vielleicht geht's ja hier irgendwo hin. Sieht aber nicht so danach aus. Nee. Lauf doch. Achso, da ist noch so ein Behinderter. Sieht man manchmal gar nicht. Nö, dann würde ich sagen, wir teleportieren uns mal kurz zurück zu unserer Mainbase. Und, guck mal, was wir alles gefunden haben. 200 Stones. Ähm, Cope Web. Achso, diese ganzen Kacke. Fallen es da. Na, wir können jetzt mal gucken. Ich guck mal kurz, wie lange schon die Aufnahme geht. Weil ich möchte nicht die Aufnahme so lange machen. Äh, 40 Minuten. Ähm. Dann würde ich den, die Stelle mal hier, das hier an dieser Stelle mal beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mit dem echten Anfang quasi. Und haut rein. Warte kurz, noch nicht reinhauen. Äh, ich mach hier weiter. Achso, nein. Ich, doch. Aber egal. Ähm, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ich bin coffee. aah. Ich binобод, ich bin vampirezent Responie. Ich bin два. Ähm,atti. Ich bin 6000 packaging. Und ich bin vitamin K Andraвин da aus äh. Ich bin. emerges nur dafür. Vielen Dank.